Ja, ähm, das ist die Sonne hell. Wahnsinn, das ist irgendwie das Gefühl, da ist so richtig fette Energien in der Natur gerade draußen, ne, kommt mir das so so vor, ich weiß es nicht. Ja, Thema, wahrscheinlich wunderst du dich, was macht Hemmschel denn jetzt über Fantasie? Ja, ich finde das eine ganz spannende Sache, ich will auch gar nicht so viel drüber reden, aber ich würde mal eine Idee mal reinbringen, die mir auch so zugetragen ist. Das, ähm, die ich super spannend finde und, äh, wo ich gerne mehr zu machen würde, ist dieses, dass Fantasie eigentlich total beschissener Begriff ist. Das ist ein beschissener Begriff für unsere Vorstellungskraft, weil unsere Vorstellungskraft, das ist wirklich was, was uns auch menschlich macht, äh, was, denke ich mal, Tiere jetzt nicht so, ist auch egal. Ich will mich da jetzt, aber, äh, Tiere sicherlich nicht so haben, aber was uns wirklich menschlich macht und auch, ähm, würde ich mal sagen, unsere Schöpferkraft ausmacht, das ist wirklich unsere Fantasie. Wir können uns alles vorstellen, wir können uns, äh, natürlich auch negative Sachen vorstellen mit entsprechenden Konsequenzen, wir können uns aber auch tolle Sachen, wir können uns eine ganz neue Welt vorstellen, was, glaube ich, gerade echt gefordert ist. Und, ähm, ja, also, äh, und es ist eben nicht nur Fantasie, sondern das hat, was wir uns vorstellen, hat eine ganz eigene Realität. Jetzt kann man sagen, ja, wo ist denn die Realität? Die ist ja nur in der Fantasie, aber es ist mehr als das. Es ist wirklich in so einem, äh, würde ich mal sagen, in so einem, in so einem bestimmten Raum, ist das dann auch schon da, in dem Moment, wo wir uns das vorstellen. Und das ist nur die Frage, wie ziehen wir das jetzt in unsere, wie ich immer sage hier, 3D-Realität oder whatever, wo wir da gerade sind, wie ziehen wir das hier rein, sozusagen, ne? Ähm, das soll auch Thema sein, diesem, oder ich will das zumindest mal mit euch erforschen, in diesem Manifestationskurs, aber was ich heute, der geht, 16. und passend zu Neumond sogar, geht ja los und zur virtuellen Liebeschiparty am 16.10. Ähm, aber da so, ich wollte einfach mal diese Idee reinbringen, dieses, dass deine Vorstellungskraft irgendwie ein total mächtiges Tool ist. Wie willst du dein Leben verändern, wenn du dir das nicht schon vorher vorgestellt hast, wie du es dir optimalerweise wünschst, ne? Wie soll dein unbewusstes Wissen, dass es dich da hinsteuern soll, wenn du nicht einen ganz klaren Plan hast, äh, so und so hätte ich es gerne und, äh, wir beschneiden uns häufig in unserer Vorstellungskraft. Die ist nämlich unendlich, ne? Äh, und viele, ich sag mal, wenn wir diese Vorstellungskraft nicht hätten, würden wir immer nur auf dem Bäume umspringen, wenn nicht irgendjemand mal, äh, sich gedacht hätte, Aha, äh, vielleicht schmeckt Fleisch besser gekocht oder, keine Ahnung, wird es vielleicht kein Feuer geben und ich weiß nicht was. Also, ähm, und das ist ja nicht vorbei, das geht immer weiter und, äh, ja, und das ist, glaube ich, gerade in diesen verrückten Zeiten ist unsere Vorstellungskraft, äh, gefragt, wie stellen wir uns eine schönere Welt vor? Ob an die ist ja, optisch ist sie ja schon schön, aber ich sag mal, ansonsten ist ja vieles gerade nicht so schön und, äh, und das startet immer mit dieser Vorstellungskraft, ne? Es startet nicht damit, ähm, äh, meiner Ansicht nach nicht damit immer nur zu kämpfen oder, äh, keine Ahnung, oder mit dem Finger wieder auf andere zu zeigen, sondern es startet damit, wie stellen wir uns das denn in einer schönen Gemeinsamkeit vor? Das betrifft jetzt nicht nur die Welt, betrifft natürlich auch Beziehungen, ne? Und deswegen ist es völlig in Ordnung, äh, Vorstellungskraft zu haben von einer schönen Beziehung, wie ich sie mir wünsche. Ob ich das jetzt mit der aktuellen Beziehung übereinstelle, ist eine andere Frage, so, äh, da muss man dann gucken. Aber, äh, diese Vorstellungskraft zu haben davon, das ist in Ordnung und das sollte sich auch niemand nehmen lassen. Ja, das war's eigentlich schon und wir werden uns mal wiedersehen. Ja, das war's eigentlich schon und wir werden uns mal wiedersehen. Ja, das war's eigentlich schon und wir werden uns mal wiedersehen.